Was gibt es Leckeres als so einen saftigen Rhabarberkuchen mit ganz viel Rhabarber und frischen Himbeeren? Und das Beste, das Ganze auch noch in Low Carb, also mit weniger Kalorien. Wie ihr diesen ganz einfach zu Hause selber nachmachen könnt, das zeige ich euch heute bei Sugar & Spice. Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ihr habt mich gefragt, ob ich ein Rezept für einen guten Rhabarberkuchen habe und hier ist er. Ein super saftiger Rhabarberkuchen mit frischen Himbeeren und das Beste, das Ganze ist auch noch kalorienarm, sodass man sich gleich zwei Stück davon gönnen kann, ohne nachdenken zu müssen. Wie ihr diesen leckeren Rhabarberkuchen ganz einfach selber machen könnt und welche Zutaten ihr hierfür braucht, das sehen wir uns jetzt an. Für unseren Rhabarberkuchen benötigen wir 500 Gramm frischen Rhabarber, 200 Gramm geriebene Haselnüsse, 125 Gramm frische Himbeeren, 50 Gramm Kristallzucker, 100 Gramm weiche Butter, eine Packung Vanillezucker, 1 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und vier Stück Eier. Bevor wir nun aber mit unserem Kuchenteig beginnen, müssen wir uns als allererstes einen Tortenring herrichten. Ich habe mir hier bereits einen 26 Zentimeter Durchmesser Tortenring mit Backpapier eingewickelt. Hierfür könnt ihr aber natürlich auch gerne eine Springform verwenden. Beachtet aber dabei, dass ihr die Springform befettet und bemehlt, dass euch der Kuchenteig später nicht kleben bleibt. Das spare ich mir immer bei diesen Tortenringen, deswegen verwende ich lieber solche Tortenringe als die Springformen. Jetzt können wir uns aber ansehen, wie der Kuchenteig funktioniert. Als erstes starten wir damit, dass wir unseren Rhabarber mit einem Messer grob schälen. Dafür schneidet ihr oben an einem Ende etwas ein und zieht die Fäden einfach einmal nach unten. Das machen wir jetzt mit allen unseren Stück und dann können wir in zwei Zentimeter dicke Würfel schneiden. Nun könnt ihr euren Backofen schon auf 160 Grad vorheizen und wir machen jetzt weiter mit unserem leckeren Kuchenteig. Dafür starten wir als erstes damit, dass wir uns die Eier trennen und das Eiweiß, zusammen mit zwei Drittel von unserem Zucker zu einem schaumigen Schnee aufschlagen. Wenn euer Eischnee nun ordentlich aufgeschlagen wurde und ihr dreht den Kessel um und schüttelt ihn und es kommt nichts mehr raus, dann ist er genau richtig aufgeschlagen. Den stellen wir uns jetzt an die Seite und weiter geht es mit unserer Eiermasse. Dafür verrühren wir als allererstes die weiche Butter zusammen mit unserem Kristallzucker, mit dem Vanillezucker und dem Salz zu einer glatten Masse und wenn das schön weiß wird und cremig ist, dann lassen wir unsere Totta langsam in die einrieseln. Beide Massen sind jetzt richtig gut aufgeschlagen und nun können wir auch schon unser Backpulver mit den Haselnüssen einfach etwas grob vermischen und die füllen wir jetzt abwechselnd mit unserem Eischnee in unsere Eiermasse. Dafür starten wir als erstes damit, dass wir uns eine Teigkarte voll Eischnee unter unsere Masse heben und jetzt abwechselnd die Haselnüsse hinzugeben und das Ganze so lange weitermachen bis alles aufgebraucht wurde. Und diese Masse füllen wir jetzt in unseren Tortenring ein und belegen sie anschließend mit unserem Rhabarber und den frischen Himbeeren. Und das Ganze am besten mit Hilfe einer kleinen Winkelpalette gleichmäßig in unseren Tortenring einstreichen oder in eure Springform. Jetzt belegen wir das Ganze mit unserem leckeren Rhabarber und der kommt jetzt in den Backofen bei 160 Grad für 40 Minuten. Und fertig ist unser wunderbarer Rhabarberkuchen. Der sieht schon richtig lecker aus. Den werden wir jetzt noch mit etwas Staubzucker am Rand bestäuben und dann geht es auch schon an zu probieren. Und jetzt schneiden wir ihn auch gleich an. Ja, also von innen sieht er schon mal richtig lecker aus. Wenn man drückt, er federt richtig schön nach. Das heißt, er ist schön saftig, genauso wie es sein soll. Den werden wir jetzt aber sofort probieren. Mh, herrlich. Mh, wunderbar. Also der Rhabarberkuchen kommt sowas von gut zusammen mit der Kombination von den frischen Himbeeren. Einfach Wahnsinn. Und weil das so wenig Kalorien hat, gönne ich mir davon gleich noch ein zweites Stück oder ein drittes. Wenn ihr gerne wieder ein Rezept haben möchtet zu einem bestimmten Thema von mir, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren solcher leckeren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Sugar and Spice and Sweets. Very nice. Und nicht vergessen, eine Mahlzeit ist erst beendet, wenn man etwas Süßes gegessen hat.